Ich habe eine neue Maschine. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Mini-YouTube-Dokumentation, in der ich versuche, Schneidebretter herzustellen und die profitabel zu verkaufen. Ich nehme euch auf dem Weg mit und was haben wir denn bis jetzt in dieser Mini-Dokumentation schon gemacht? Und zwar sind es diese Frühstücksbrettchen, die man individualisieren kann, aber die werden wir heute nicht herstellen. Heute werden wir mit einem neuen Produkt anfangen. Und warum das so ist, darum soll es heute gehen, denn eigentlich soll man sich hier erstmal auf eine Sache fokussieren, aber wir werden es nicht so tun. Wir werden heute ein neues Produkt gestalten. Let's go! ENDE 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt sind wir an den Punkt angekommen, dass wir mal dieses neue Schneidebrett verleihen. Ich glaube, das gefällt mir richtig gut, das da. Jetzt haben wir 17 Uhr 20, 17 Uhr 20. Was ist denn da los? Ich habe doch eigentlich in der ersten Folge angesprochen, dass es besser ist, wenn man nicht so viele Varianten hat. Denn wenn zu viel Varianz da ist, dann denkt der Kunde vielleicht, okay, ich schaue morgen nochmal nach, dass ich dann weiß, welche Variante ich halt eben auswähle. Das will ich halt eben nicht eigentlich, aber weil ich jetzt gesehen habe, dass das so nicht funktioniert. Und zwar hier mit denen als Frühstücksbrettchen, als individualisierte Variante, habe ich mich halt eben dazu entschieden, dass ich mal komplett das Gegenteil ausprobieren werde und ganz viele verschiedene Varianten anbieten werde. In der Herstellung ist das nicht so das große Ding. Ich werde alles so herstellen, dass die Teile an und für sich immer gleich sind, nur halt eben in einer anderen Reihenfolge zusammengefügt werden. Das heißt, was die Herstellung angeht, ist kein großes Problem. Aber der Kunde hat halt jetzt ein riesen Repertoire, wo er halt eben Ausschau halten kann, was ihm halt eben gefällt. Denn das hier ist bis jetzt gar nicht gut angekommen, denn ich habe erst ein Schneidebrett an einen Instagram-Zuschauer verkauft. Aber mehr dazu später. Es ist mal wieder an der Zeit für ein Voice-Over. Hier will ich zwei Punkte ansprechen. Erstmal der erste Punkt. Das ganze Videomaterial stammt aus dem Oktober 2022. Ich beziehe mich deswegen nicht mit meiner Aussage, dass das Ganze nicht aufgeht, auf die Kommentare. Ich beziehe mich auf die grundlegende Funktion. Das würde aber den Rahmen jetzt derzeit ein bisschen sprengen. Dazu gibt es bald weitere Informationen. Der nächste Punkt ist, dass nach vielen Aussagen her dieses komplette Konzept hier nicht funktionieren wird. Das mag vielleicht stimmen, aber ich werde es ausprobieren. Ich probiere es aus und kann im Endeffekt sagen, ich habe das ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Ich habe mich aber nicht nur an die Tastatur gesessen und habe geschrieben, dass das Ganze nicht aufgeht. Ich will das Ganze ausprobieren, ob es funktioniert. Das ist meine Leidenschaft. Ich hoffe, dass das aufgeht. Deswegen stecke ich da auch sehr viel Zeit rein. Aber ich schreibe nicht einfach nur unter ein Video. Das funktioniert sowieso alles nicht. Dann würden wir alle noch in der Steinswelt sitzen. Dazu nur die paar Worte, die ich gerade verloren habe. Eine ganze Bank voll mit Schneidebrettern, die ich hoffentlich ganz, ganz schnell verkaufen werde, damit ich direkt nochmal neue machen kann. Und zwar seht ihr auch hier schon die ersten Varianten von den neuen Arten, aber die werde ich euch im genaueren auch später noch zeigen. Aber jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Schritte, wie ich finde, wenn dann später das Öl nämlich draufkommt, damit das Ganze auf Dauer auch glatt bleibt. Und zwar ist das halt eben das Wässern. Aber ich habe eine neue Maschine. Das werde ich euch noch ganz kurz hier zeigen. Das wird in einem separaten Video, wird da ein bisschen mehr drüber kommen. Aber ich zeige es euch mal kurz. Und zwar ist es eine Pendelsäge geworden. Eine Beuerle-Pendelsäge mit zwei riesigen Auslegern, damit man darauf ganz entspannt Blockware grob ablenken kann. Ich zeige euch mal, wie so die Bewegung von dem Teil aussieht. Das Teil ist nämlich tatsächlich ziemlich massiv. Man hat hier einen Hebel, dann ist das Ganze quasi entriegelt. Und dann kann man die Maschine nach vorne ziehen. Hier unten ist ein riesiger Motor drauf mit 3 kW. Und ich bin mal gespannt, wenn ich das Teil zum ersten Mal anwerfe. Richtig schön, schönes Teil auf jeden Fall. Kann man auch schwenken und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das wird es dann bald in Zukunft geben, weil das Teil soll extra für den groben Zuschnitt für diese Schneidebrett-Rohlinge sein, damit ich die Blockware halt eben schneller ablenken kann. Thema Wässern. Wir haben da unten einen Eimer voll mit Wasser und das Holz ist jetzt schon eigentlich relativ glatt. Aber wir merken jetzt, wenn wir das nicht ins Wasser halten, dass das direkt rau wird. Jetzt geht es noch ein bisschen, aber wenn das Ganze hier getrocknet ist, dann wird man wirklich merken, dass die Oberfläche wieder ziemlich rau geworden ist. Und das Schöne ist auch, dass man jetzt schon so ein bisschen sieht, wie das Holz halt eben später aussieht, wenn wir es geölt haben. Was soll ich sagen? Der allererste Verkauf von einem großen Schneidebrett. Kevin, vielen lieben Dank, du bist der allererste Kunde von meiner YouTube-Dokumentation, der sich hier so ein Schneidebrett bestellt hat. Und zwar habe ich auf Instagram gezeigt, hey, schaut mal, ich mache Schneidebretter und wenn ihr wollt, könnt ihr das halt eben jetzt vorab bestellen. Ich habe da ganz einfach ein paar Bilder bei Instagram in der Story hochgeladen und der Kevin hat sich für dieses hier entschieden. Da werden jetzt auch noch bei den anderen noch Gummifüße runtergesetzt, damit halt eben die Schneidebretter sicher aufstehen, man es besser greifen kann und die halt eben immer solide auf der Arbeitsoberfläche stehen. Außerdem kann man da noch besser drunter greifen und das ist einfach eine gute Kombination. Wofür ist dieser Kanal mittlerweile bekannt? Für die zeitlichen Sprünge, dass irgendwie teilweise vier Monate manchmal dazwischen liegen. Ich glaube, jetzt sind es anderthalb oder zwei Monate, die dazwischen liegen, aber ich zeige euch mal, wie die Schneidebretter geworden sind. Das ist das Never Ending Project, hoffentlich. Jetzt nochmal hier, passen auf, die Schneidebretter sind jetzt auch fertig. Ich habe noch keins davon, doch ich habe eins verkauft. Das ist so bitter, aber wie gesagt, darum geht es wahrscheinlich wohl in einem anderen Video. So sind die Schneidebretter geworden. Die sind sehr, sehr schön geworden. Ich benutze auch selbst natürlich eins daheim und das ist eine sehr, sehr gute Anwendung. Wenn ihr ein Schneidebretter haben wollt, es sind jetzt sieben Stück vorrätig. Das muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr werden und das muss auf jeden Fall noch ein bisschen mehr im Abtrag werden bzw. verkaufe. Ich weiß gar nicht mehr, was die letzten Videoaufnahmen von diesem Projekt hier waren. Ich habe es ja am Anfang so ein bisschen angesprochen. Ich habe ja eigentlich die Schneidebretter hier, mit denen habe ich angefangen. Davon gibt es drei verschiedene Varianten. Einmal in Esche. Die werden auch nicht mehr gelasert. Warum das, gibt es auch in einem anderen Video. Einmal in Esche so ein Frühstücksbrettchen. Mein absoluter Favorite sind hier die Buchen-Echen-Frühstücksbrettchen, die man immer noch lasern kann. Da könnt ihr auch eine Individualisierung halt eben auf der Webseite unten in der Videobeschreibung ist ja verlinkt. Könnt ihr darauf anwenden. Wenn ihr weitere Wünsche habt, kontaktiert mich einfach. Alle Mengen können bearbeitet werden. Also es ist jetzt nicht so, dass nur drei Stück bestellt werden können. Wenn ihr 100 Stück wollt, ist das auch kein Problem. Die Buchen-Frühstücksbrettchen gibt es immer noch. Sehr, sehr gutes Holz zum Lasern. Und genau, ich habe einen Tipp bekommen. Und zwar wird es bald im Sortiment auch noch individualisierbare Schieferplatten geben. Wird es aber in einem anderen Video geben. Da werde ich dann ein bisschen genauer drauf eingeben. Da habe ich einen Tipp vom Kollegen bekommen, dass man das gut herstellen kann. Und genau, wie gesagt, das wird dann bald auch noch, was die individualisierbaren Geschichten angeht, wird dann auch noch dazukommen. Und ich hoffe, ihr nehmt es mir jetzt nicht böse, dass das da Ende heute gar nicht zu dem vorherigen Videomaterial passt. Aber komm, ich habe noch einen Sneak-Peak für euch. Und zwar seht ihr hier meine Computerecke, Versandstation. Und jetzt, wer kann sich daran noch erinnern? Mein OSB-Schrank, mein Regal, wo ich mein Kinderzimmer, damit habe ich mit meinem Kinderzimmer angefangen. Da war alles hier drin. Da war alles drin. Ja. Genau. Da habe ich noch einen Laser. Ich habe jetzt einen 3D-Drucker hier in der Werkstatt. Ihr seht hier den Laser. Und jetzt hier mal als eine Sneak-Preview, was bald als Video kommt. Ich habe einen Laser. Und jetzt habe ich hier diesen schönen Schrank. Der könnte vielleicht für einen Laser sein. Also Leute, ich will mit dem Kanal hier Videos machen, die professionell sind. Glaubt man mir, oder?